Also wenn ich meinen Q-Light Strip hier irgendwie an meinen Fritz X-500 ranlöte, dann müsste ich den ja eigentlich mit meinem Fritz Smart Home steuern können. Gordon, nimm doch das Fritz Smart Gateway dafür. Fritz Smart Gateway? Da müssen wir mal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Fritz Talk, wo wir über ein völlig neues Produkt reden wollen, unser Fritz Smart Gateway. Und ich freue mich, dass ich wieder unseren Produktmanager für das Smart Home, den Konrad hierherber. Hallo Konrad. Hallo Gordon. Völlig neues Produkt, das Fritz Smart Gateway. Was ist das? Absolut richtig. Völlig neues Produkt hinsichtlich des Funkstandards. Und zwar haben wir jetzt hier Zigbee an Bord, ergänzend zum DECT ULE, was wir ja schon sehr lange bei uns im Smart Home im Einsatz haben. Wir haben ja begonnen mit Strom, dann kam Wärme dazu und als letzte Produktkategorie, wenn man so möchte, war das Licht. Da haben wir das Licht mit dazu gepackt. Dort gibt es eine Lampe, das ist die Fritz DECT 500. Und damit man diese eine Lampe weiter ergänzen kann, haben wir jetzt eben neu das Fritz Smart Gateway im Sortiment, worüber dann man an dem großen Lichtangebot im Markt dann stärker partizipieren kann. Und dieses große Lichtangebot gucken wir uns auch gleich ein bisschen genauer an. Jetzt nochmal zum Fritz Smart Gateway an sich. Das heißt, wer oder wann braucht so ein Gateway? Also dieses Gateway wird eben dann interessant, wenn ich mehr Lichtstimmung schaffen möchte zu Hause mit anderen Produkten, die es eben im Markt gibt von anderen Herstellern. Und dort ist hauptsächlich Zigbee im Einsatz. Oder auch interessant, wenn ich meine DECT ULE-Geräte, die ich im Moment an meiner Fritzbox angemeldet habe, erweitern möchte, also die Anzahl erweitern möchte. Auch das geht über den Einsatz eines Gateways. Das heißt, wir haben ja so nicht nur Zigbee drin, sondern auch nochmal DECT ULE als zusätzliche Basis. Das heißt, es ist kein Repeater. Vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil es sieht ja so ein bisschen aus wie ein WLAN-Repeater, ist aber kein WLAN-Repeater. Ist weder WLAN noch DECT-Repeater. Also wirklich eine eigenständige Basis. Von daher auch nochmal mehr Möglichkeit, DECT ULE-Geräte anzumelden. Und WLAN und LAN haben wir ja drin. Das wird aber nur verwendet, um sich mit der Box zu verbinden. Genau, die Technologie ist nur da für den Uplink zur Fritzbox. Entweder per WLAN über 2,4 Gigahertz Frequenzband oder LAN. Deswegen habe ich auch schon gelesen bei Kommentaren, dass welche gesagt haben, oh, da ist ja nur 2,4 Gigahertz WLAN drin. Aber für das, was wir machen, reicht das ja völlig. Absolut, genau. Denn wir wollen ja keine großen Datenmengen schieben, sondern wirklich nur die Steuerbefehle haben die etwas höhere Reichweite. Wenn wir bei den Anschlüssen sind, also LAN ist ja auch mit dran, um es mit der Box zu verbinden, nicht für andere Geräte. Aber ein USB-Port ist noch mit dabei. Aber der ist nicht dafür da, um es mit der Box zu verbinden. Nein, der USB-Port ist tatsächlich im Moment nur dazu da zum Laden von Geräten bis maximal 500 mAh. Du sagst im Moment nur? Ja, weil wir uns auch vorstellen können, dass wir den Port für weitere Anwendungen später nutzen können. Also das bleibt spannend, weil auch das Smart Gateway wird ja sicherlich Updates bekommen und vielleicht kommen da auch neue Funktionen rein. Thema Update. Wir brauchen ja auf jeden Fall eine Fritzbox, damit das Smart Gateway funktioniert. Und die Fritzbox braucht auch eine bestimmte OS-Version. Genau, und zwar die neueste, die 57, die wir ja kurz vor Weihnachten ausgerollt haben. Also wenn ihr eine Fritzbox habt mit OS 57, wunderbar, dann könnt ihr das Smart Gateway anmelden. Das ist super einfach. Computer Bild hat es ja auch schon getestet und wird sehr gut bewertet. Wie melde ich es an? Du meldest die ganz einfach an und zwar genau so, wie du dir das gewohnt bist von unseren Smart Home Geräten. Das heißt also, du hast hier vorne drauf genau einen Knopf, der rote Connect, die rote Connect-Taste. Die wird einmal gedrückt, dann blinkt die LED unten in zwei Sekunden Rhythmus und das signalisiert dir, dass das Gerät jetzt anmeldebereit ist. Innerhalb von zwei Minuten muss dann auch die Connect-Taste oder die WPS-WLAN-Taste, je nach Box-Typ, an der Fritzbox gedrückt werden. Und entweder so, wie wir es hier gemacht haben, mit nichts, also über WLAN oder wenn ihr ein LAN-Kabel nutzen wollt, einfach vorher das Netzwerkkabel unten reinstecken, Taster drücken und dann haben wir auch die Verbindung. Und das gucken wir uns auch mal an, das sieht man ja auch in der Fritzbox. Ich gehe jetzt mal in unsere Fritzbox rein, denn ich sehe es ja dann auch im Heimnetz unter Mesh. Das ist also ein bisschen der Punkt, wo ich dachte so, Moment, jetzt taucht ja dieses Gateway da auf, auch mit dem Mesh-Zeichen, was ich immer so vom WLAN kenne, aber es ist, wie gesagt, kein WLAN-Repeater. Warum brauchen wir da Mesh? Weil es sich hierbei um Smart Home Mesh handelt. Das heißt also, die beiden Geräte müssen zwingend miteinander vermesht sein. Also ich brauche unbedingt dieses Zeichen, sonst… Genau, sonst funktioniert dann auch, die Funktionalität ist nicht voll gegeben. Das heißt also, du kannst dann eben die Geräte, die an der Fritzbox sind, auch über das Gateway und umgekehrt steuern. Also ZigBee-Geräte, die auch schließlich am Gateway angemeldet werden können, können dann eben auch über die Oberfläche der Fritzbox gesteuert werden. Was ich ja hier schon mal kurz, wir können ja schon mal kurz reingucken. Wir gehen nochmal genauer rein. Bei Geräte und Gruppen sehe ich ja, dass hier jede Menge Geräte angemeldet sind. Und da haben wir zum Beispiel auch so eine GU für GU-10-Fassung, da kommen wir jetzt gleich zu. Das heißt, wo nachher die Geräte angemeldet sind, ist völlig egal. Ich kann sie komplett über die Box steuern oder auch über das Gateway. Ich kann die in Gruppen zusammenfassen und alles Mögliche machen. Schauen wir uns mal an. Hier ist ja einiges angemeldet. Was können wir denn nun alles anmelden? Genau. Also wir haben hier, wie erwähnt, eine E-27-Fassung bei unserem eigenen Lampenprodukt. Das ist unser Fritzdeck 500 hier. Genau. Da gibt es natürlich viele, viele weitere Produkte im Markt von unterschiedlichen Herstellern, wie zum Beispiel hier diese E-14-Fassung von Ikea, glaube ich. Nein, Litvance ist das. Wir haben auch Filamentlampen, die dann anmeldebar sind. Ja, die E-27 ist ja so eine Dekolampe. Finde ich immer sehr hübsch, so als Dekoration. Ja, eine weitere Dekorationslampe oder Dekolampe von Ikea ist diese hier, die genauso angemeldet werden kann. Oder dann eben die von dir bereits erwähnten GU10, die so einen Sockel mit zwei Metallstiffen hat. Die kommen ja oft bei Deckenspots zum Einsatz. Auch solche Lampen sind zukünftig dann eben in unser Ökosystem integriert. Das finde ich tatsächlich auch sehr spannend, weil ich habe noch sehr viele von diesen GU10-Lampen fest eingebaut, auch andere Lampen, irgendwann auf LED umgerüstet, um Strom zu sparen. Jetzt dann also auch mit smarten Leuchtmitteln wirklich komplett steuerbar, dimmbar, Farbe auswählen. Alles super easy. Wie das geht, gucken wir uns ja auch gleich noch an. Und selbstverständlich gehen auch Lightstripes, wie wir da unten sehen. Genau, die haben wir hier sogar schon für unsere Deko eingearbeitet. Freist ist natürlich, wir können jetzt viele, viele anmelden. Wir haben ja auch eine Liste im Internet zu. Genau, und zwar findet man die unter afm.de-gateway. Die nennt sich Zigbee-Kompatibilitätsliste. Wenn du da mal runterscrollst, da sieht man, da sind doch schon eine Vielzahl an Lampenprodukten mit auf der Liste. Weiter unten kommen dann auch noch Steckdosen. Ich habe gerade extra mal gezählt, wir haben aktuell 56 Lampen und 10 Steckdosen auf der Liste. Und diese Liste wird natürlich kontinuierlich weiter ergänzt. Das heißt also, wir kriegen viel Input jetzt von unseren Kundinnen und Kunden, die wir zum einen nutzen, um dann die Produkte auch zu testen. Und wenn wir sie für gut befinden, kommen sie auch auf die Liste. Oder eben andere Produkte, die nur darauf warten, dass sie von uns auch in der Entwicklung getestet werden, um sie dann eben auch auf die Liste zu bringen. Das heißt, nur weil ein Produkt hier nicht drauf ist, heißt es nicht, dass es nicht geht. Das kann trotzdem funktionieren. Wir haben es nur noch nicht getestet und hier entsprechend vermerkt. Genau, das gilt auch, das sollte man an der Stelle auch nochmal erwähnen, für andere Produktkategorien. Es soll also nicht bei Licht- und Steckdosen bleiben. Das heißt, es wird in Zukunft sicherlich auch weitere Kategorien geben. Denn wir haben ja zum Beispiel, wir haben es ja gerade gesehen, wir haben ja schon Rollläden, die wir bei Deckt-UE-Handfahren angemeldet haben. Wir haben hier auch zum Beispiel auch, irgendwo habe ich einen Fenstersensor, Bewegungsmelder über Deckt-UE. Und das wäre ja zum Beispiel auch bei SIGBIA dann durchaus möglich. Jetzt haben wir hier wirklich viele, viele Lampen, viele, viele Hersteller. Wie melde ich die denn alle an? Bei uns haben wir immer die Knöpfe, da geht das ganz einfach. Wie ist das bei denen? Genau, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nach Hersteller. Da muss man sich dann auch in den jeweiligen Bedienungsanleitungen schlau machen oder im Internet nachgucken. Also bei Ikea ist es beispielsweise so, dass ich die sechsmal ausschalten muss, damit einschalte und dann ist hier in die Werkseinstellung zurückgesetzt, die Lampe. Bei Philips Hue haben wir einen Assistenten integriert. Vielleicht gucken wir da mal kurz rein. Das können wir uns ja mal angucken. Dafür gehe ich jetzt mal auf das Gateway, weil ganz wichtig, klar, ihr müsst schon anscheinend, wo ihr Geräte anmeldet. Deckt-UE geht sowohl am Gateway als an der Box, aber SIGBIA-Geräte natürlich nur direkt am Gateway. Genau, das heißt eben, du musst auf die Oberfläche und das Fritz Smart Gateway hat eine eigene Oberfläche, eine Bedienoberfläche, die du zum einen über die Oberfläche direkt für der Box aufrufen kannst. Ja, das haben wir ja gesehen. Ich gehe nochmal kurz in die Box zurück. Da haben wir sie ja im Mesh gesehen und da kann ich ja dann direkt draufklicken. Genau, da hast du die Verlinkung. Oder dann halt wie gewohnt über fritz.box gehst du hier über fritz.smartgateway dann auf die Oberfläche des Gerätes. Genau, aber hier könnt ihr einfach draufklicken und dann landet ihr genau hier. Genau. Viel machen kann ich ja erstmal nicht. Ich kann den Heimnetzzugang nochmal ändern von WLAN auf LAN-Verbindung. Die Netzwerkeinstellungen, da legt ihr einfach nur fest, ob ihr eine dynamische Adresse dann wird oder fest vergeben wollt. Das Spannende ist ja hier auch Smart Home. Genau. Und wie man sieht, ist das genau das gleiche Menü, wie wir das von der Box kennen. Also mit den Untermenüs Geräte und Gruppenautomatisierung und Bedienung. Und wenn wir jetzt ein neues Gerät anmelden möchten, dann gehst du genau, hast du schon nach unten gescrollt und drückst dort den Button Gerät anmelden. Und jetzt hast du die Auswahl zwischen an einer Smart Home Basis angemeldet oder bereits in Anmeldebereitschaft. In diesem Falle, also im Falle von Philips Hue, wenn diese Lampe zum Beispiel in einem Starter Kit gekauft wurde, dann ist die bereits gepaart. Also muss zuerst zurückgesetzt werden in die Werkseinstellung. Das mache ich dann eben über an einer Smart Home Basis angemeldet. Wenn du da mal drückst, dann kommt dieser Assistent hier und zwar wird da nach einer Seriennummer gefragt. Ich habe jetzt hier schon mal eine Philips Hue 27 LED Lampe und da steht unten drunter Serial Number und das ist eine Dezimalziffer mit sechs Ziffern. Und das ist wichtig, also die hat immer sechs Ziffern und die fängt jetzt hier mit einem großen B, dann zweimal die 3, dann großes E, die 5 und die 8 an. Und dann sehen wir auch, wenn es nicht mehr rot hinterlegt ist, dann signalisiert er mir auch, dass zumindest die Anzahl Ziffern korrekt ist. Ich zeige doch mal, weil wenn ich jetzt noch mal eine Ziffer lösche, dann ist ja hier Seriennummer rot. Und wenn ich jetzt eine zu viel mache, wird sie auch wieder rot. Und du hast gesagt, die Hexadezimal hört sich so kompliziert an. Das sind einfach sechs Buchstaben und Zahlen, nicht mehr und nicht weniger. Und dann sollte das klappen. Genau, wenn du Gerät anmeldest oder auf Gerät anmelden gehst, genau, dann dauert es eine kurze Zeit. Die Philips Hue signalisiert uns dann, wenn es geklappt hat, über ein 3- oder 4-mal Blinken. Und in der Oberfläche kriegen wir einen grünen Haken und die Bestätigung, dass es funktioniert hat. So, jetzt. Jetzt hat es uns noch mal signalisiert. Jetzt ist sie wirklich bereit. Und jetzt sage ich, jawohl, da kann ich jetzt direkt reingehen und kann also sagen, na, aber. Du siehst, das Menü ist exakt das gleiche, wie von unserem Fritz Deck 500 gewohnt. Also auch hier kannst du die Farben einstellen, wie du möchtest, nach Presets oder über die App dann als freie Farbwahl. Du kannst natürlich auch den Namen vergeben oder ändern, wie gewohnt. Das ist eine gute Sache, weil momentan heißt sie ZigBee 12. Ich nenne die mal jetzt Hue E27. Zum Beispiel. Oder Wohnzimmer oder Küche oder wo auch immer die hängt. Und jetzt habe ich sie ja auch automatisch in der App zum Beispiel drin. Ja. Also kann ich es ja auch direkt hier sofort in der Smart Home App sagen. Jetzt kann ich mir einrichten, wie ich will. Die wird jetzt wahrscheinlich unten mit dazu erscheinen. Kann ich dir dann also auch sagen, wunderbar, dann kann ich das auch schalten. Kann ja zum Beispiel auch den Hue Strip anmachen. Die wurde es mir gerade noch nicht angezeigt. Das heißt, ich werde einmal aktualisieren. Kriegt also auch eine eigene Kachel. Auch das wie gewohnt von unserem Fritz Deck. Jetzt ist sie da und dann kann ich hier so auch raufgehen und kann dann zum Beispiel noch bei Farbe sagen, also ich kriege alle möglichen Informationen oder sage einfach direkt, ich will hier in die Farbesteuerung reingehen. Und zwar kann ich jetzt hier sogar die Farbe frei wählen. Das kannst du hier, das wird man jetzt wahrscheinlich im Kamerabild nicht wirklich sehen. Schönes AVM-Rot. Kann hier, wo ich das hinkriege, ja. Feuerwehrrot ist das ja. Signalrot. So, was jetzt natürlich super spannend ist. Ich habe jetzt hier schon, wie wir gesehen haben, ja wirklich eine ganze Menge Geräte. Ich gehe nochmal auf die Liste. Und übrigens auch zu zeigen, wir haben ja hier auch diese Steckdosenleiste angemeldet. Das fängt auch mal ganz interessant. Wir haben ja mit DEC 200 210 tolle Steckdosen. Auch gerade letztes Jahr nochmal Stiftung Warentest Sieg für die Messeigenschaften. Warum haben wir jetzt solche zum Beispiel noch mit dabei? Das ist jetzt eine Mehrfachsteckdose, auch von einem anderen Hersteller, der auch über oder die über Zigbee dann mit dem Gateway verbunden werden kann. Und interessant ist hier natürlich, dass man diese drei Steckdosen auch unabhängig voneinander schalten kann. Das heißt also, wenn du sie angemeldet hast, kriegst du in der App drei einzelne Kacheln. Jeweils eine für pro Steckdose. Sie sehen uns auch sehr schön auf dem Screencast. Also ich habe einmal die Steckdosenleiste als Gerät. Und dann aber, wie ich hier gerade sehe, bei mir doch 1, 2, 3 richtig benannt. 1, 2, 3 könnt ihr hier zum Beispiel auch nennen, irgendwie Weihnachtsbaum, Lichterbogen, keine Ahnung was. Und kann dann immer sagen, jawohl, ich will jetzt alle drei oder nur ein oder zwei schalten. Also gerade wenn ihr ein paar mehr Sachen schalten wollt an einem Ort, auch eine schöne Ergänzung. Aber nochmal zurück, wir haben jetzt hier wirklich schon eine ganze Menge angemeldet. Und es geht ja noch deutlich mehr, weil wie viel kann ich maximal anmelden am Gateway? Also bei ZigBee-Geräten sind es 40 Stück. Da haben wir die Grenze gesetzt. Wobei man da auch nochmal den Hinweis geben muss, dass man nicht alle 40 Geräte gleichzeitig schalten sollte. Das würde definitiv nicht funktionieren. Das würde wahrscheinlich dazu führen, dass die hintersten ZigBee-Lampen dann irgendwann nicht mehr reagieren. Bei den DECT-ULE-Geräten ist es genauso wie bei einer Box. Also zwölf Heizkörperregler, zehn Steckdosen, zehn Lampen, zehn Taster und auch zehn Handfanggeräte von anderen Herstellern. Zum Beispiel Rollläden sind da anmeldbar, genauso wie auf einer Fritzbox. Also es sind eine ganze Menge Geräte und da macht es natürlich total Sinn, tatsächlich sich das in Gruppen vielleicht auch zu sortieren. Und wir haben ja auch gerade mit Fritz57 neu noch zu den Vorlagen, die es ja Schlange gibt, noch Szenarien reinbekommen. Und Routinen, die sind da super hilfreich. Da kann ich nur empfehlen, guckt euch gerne nochmal den Talk mit Conrad an, wo wir genau darüber gesprochen haben, was man damit alles machen kann. Ich würde es hier trotzdem einmal kurz zeigen, wir haben da mal was vorbereitet, also Automatisierung. Und zwar haben wir hier einfach mal ein paar Vorlagen angelegt und zwar gerade für Licht. Die habe ich hier Filmabend und Dreh genannt. Ich habe gesagt, ich habe schon mal zwei Gruppen gemacht, alle E27-Lampen, alle GU10-Lampen. Das sind ja da diese, die wir da in den Deckungspots gerade drin haben. Jetzt haben wir ja eine neu angemeldet. Ich könnte jetzt natürlich einfach sagen, okay, ich werde nochmal ganz kurz die Gruppe erweitern, dass ich hier sage, ich habe hier diese Gruppe alle E27. Das ist momentan nur eine, das ist aber immerhin alle. Und da kann ich sagen, hier, die Hue 27, die soll natürlich auch mit rein. Die ist ja neu dazugekommen. Und dann habe ich jetzt hier diese Automatisierung. Und das finde ich jetzt auch nochmal ganz spannend. Das kann ich jetzt natürlich auch wieder an der Smart Home App steuern. Aber wir haben noch andere Möglichkeiten und wir kriegen ja auch immer wieder die Frage, dass wir sagen, ja, ist ja alles gut und schön, aber ich hätte einfach gerne einen Taster. Ich will auch einfach mal Licht mit dem Taster schalten können. Genau. Und dafür gibt es ja unseren 440, bekanntermaßen auch unsere Fernbedienung für unser Smart Home System. Und hier kannst du dann natürlich die Vorlagen drauflegen. Du kannst auch mit mehreren Vorlagen ein Szenario bilden und dann einfach sagen, jetzt hier, ich schalte eben die Lampen aus und ich schalte sie wieder ein. Und diesen Taster kannst du dann ganz beliebig positionieren an der Stelle, wo du ihn haben möchtest, im Treppenhaus, am Küchenkühlschrank oder sonst wo. Also jede Menge Möglichkeiten. Ihr könnt das wirklich bis auf einen Taster runterbrechen. Wir haben ja sogar den 400er, der wirklich nur ein Taster ist. Wobei eben nicht nur an und aus geht, sondern durch die Vorlagen könnt ihr auch sagen, mehrere Lampen sollen angehen. Vielleicht gedimmt, vielleicht in einer bestimmten Farbe. Ich kann es dir nochmal zeigen. Deswegen, ich habe hier diese entsprechende Vorlage eingerichtet in der Smart Home, wo ich sage Dreh. Und Dreh heißt, alle Lampen, warm, weiß, 20%. Wenn ich sage, wir sind jetzt gleich hier fertig, dann machen wir einen schönen Filmabend. Da habe ich gesagt, da möchte ich sie gerne gedimmt mit Farbe haben. Und da sehen wir, das hat auch wunderbar funktioniert. Auch obwohl wir jetzt ja Geräte an verschiedenen Basen, über verschiedene Funkstandards haben, praktisch synchron. Sind die da kaputt oder was ist da los? Das sind keine RGB-Lampen. Das heißt, die können nur weiß. Deswegen haben sie hier auch keine Farbe. Aber vielleicht interessant auch noch zu sagen, du hast jetzt ja eine Farbe hinterlegt. Und die unterschiedlichen Typen, unterschiedlich von unterschiedlichen Herstellern mit unterschiedlichen Funkstandards reagieren eben und stellen auch die gleiche Farbe dar. Aber selbst die, die gar keine Farbe können, haben halt einfach nur gedimmt und bleiben weiß. Aber ich kann natürlich wieder sagen, okay, wir gehen wieder zurück hier zu Dreh. Alle wieder warm, weiß, 20% gedimmt. Und das alles wirklich mit einem Fingertipp. Könnte ich sogar von unterwegs machen. Und kaum Latenz, wie man auch gesehen hat. Du hast vorhin gesagt, der USB-Anschluss, da kommt ja vielleicht noch was. Wie sieht es denn generell aus? Wie soll es mit dem Smart Gateway weitergehen? Also der große Vorteil von dem Gateway ist, wir haben es ja schon angesprochen, dass das ein eigenes Fritz OS hat, also ein eigenes Betriebssystem. Also was losgelöst zur Fritz Box, Fritz OS, dann eben auch abgedatet werden kann. Und das werden wir auch nutzen. So wird zum Beispiel das Fritz Smart Gateway auch das erste Produkt in unserem Sortiment sein, was dann Meta bekommt. Also der neue Smart Home Standard, den werden wir dann auch hier implementieren. Und dann wird das eben dann nicht nur eine Zigbee-Bridge, sondern auch zusätzlich dann auch zu einem Meta-Bridge ausgebaut. Und alle, die sich jetzt gerade fragen, was um Gottes Willen ist Meta, das werden wir dann sicherlich ausführlich behandeln, wenn es soweit ist. Alle, die schon wissen, was Meta ist, freut euch drauf. Das wird das erste Produkt, was Meta unterstützen wird. Ist ein ganz großes Ding, wird gerade viel drüber geredet. Sind wir natürlich auch ganz gespannt drauf, wie es dann da weitergeht. Und damit sind wir dann auch wirklich mit dabei. Genau. Sehr schön. Konrad, meine Fragen sind dann zumindest heute erstmal alle beantwortet. Wir sind spätestens wahrscheinlich beim Thema Meta wieder. Ich denke ja. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab in die Kommentare. Und wer dabei seid, haut auch gleich ein Abo die Glocke rein, dass ihr unseren nächsten Beitrag nicht verpasst. Ich sage nochmal, vielen Dank, dass du wieder mal bei uns warst. Sehr gerne. Wir machen auch noch unser Foto und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.